Glaubst du nicht, dass es so ein bisschen auch eine Entscheidung ist, obdachlos zu sein? Weil ich zum Beispiel, ich für mich habe die Entscheidung getroffen, reich zu werden. Das hört sich mal total stupid an, aber ich glaube, jeder oder fast jeder hat eigentlich das Potenzial, das zu machen. Zum Beispiel aus meiner Perspektive, ich könnte mir nicht vorstellen, auf der Straße zu wohnen oder zu leben oder dieses super Ungewisse zu haben. Glaubst du, für den Großteil der Gesellschaft oder für die meisten Menschen, dass Geld vielleicht nicht unbedingt gleich Glück bedeutet, aber das Geld ein sorgloses und vor allem ein viel freieres Leben bedeutet? Ja, aber wenn ich sehe, der Großteil ist ja auch in dem Schwitzkasten drin. Und das ist ja auch ein Zwang. Der muss sich in dem Hamsterrad bewegen, sonst, sobald das stillsteht, dann ist es vorbei. Dann bricht irgendwas auseinander.